Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallgeist. Ja man, wir haben uns ewig nicht gesehen. Totale Schieflage ist der Modus, mit dem wir anfangen. Ich glaube, den habe ich schon mal gespielt, aber nicht geschafft. Oder war das? Ja, ich glaube das. Ah ne, das war glaube ich. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Leute, es gab jetzt eine Weile keine Folge als Folgen. Wieder der Lulatsch. Denn ich hatte so Stress mit der hundertsten Folge von Requisitenjagd. Ich frage mich, ob ihr sie gesehen habt. Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, ich habe sie gesehen. Und wenn nicht, dann schaut es euch unbedingt an. Denn die ist echt mega cool geworden. Und ja, heute ist ein kleines Special. Natürlich nicht ganz so ein cooles Special wie... Oh, das war echt knapp. Die hundertste Folge von Requisitenjagd. Aber ich habe eine neue Software auf der Stimme. Und zwar habe ich bis jetzt immer die CPU... Oh Gott, das war dumm. CPU-unterstützte Rauschunterdrückung von El... Elgato sag ich schon. Oh mein Gott. Von OBS benutzt. Und kam jetzt mal auf die Idee, es gibt doch bestimmt irgendeine Möglichkeit, die KI von... Die neue Skate-KI von NVIDIA zu benutzen. Denn die ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die muss man doch auch irgendwie in OBS einbinden können. Das muss doch gehen. Warum habe ich das getan? Ey Leute, wenn ich jetzt auch wieder rausfliege, die Leute kommen schon alle ins Ziel. Ich werde halt safe verkacken. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Ich werde es nicht schaffen. Kann ich hier lang? Ja, okay. Und die habe ich jetzt an. Ja, die habe ich mir installiert. Also extra für OBS. Und da ist das Ziel. Ich glaube, ich schaffe es doch noch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man einen Unterschied merkt zu vorher. Was war besser? Vorher? Nachher? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also in der letzten Runde vor, Guys, war es noch die alte Software. Und jetzt ist es die neue. Vielleicht merkt man einen Unterschied, vielleicht nicht. Ich habe es mal kurz ausprobiert. Man hört mich auf jeden Fall nicht, dass man mich auf einmal nicht mehr hört. Ich hoffe, meine Wörter sind nicht abgehackt oder irgend sowas. Aber dürfte eigentlich nicht so sein. Und ja, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr einen Unterschied hört und was ihr besser findet. Da bin ich wieder, Leute. Und der nächste Modus, den wir spielen, ist Tundralauf. Der ist eigentlich ganz easy. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, damit ich nicht wieder direkt sterbe. Das Ende kann manchmal ein bisschen frustrierend sein. Aber ich glaube, ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Auch wenn wir als Lulatsch wieder auf dem letzten Platz starten, ist das einfach nur ein Witz. Oh, da fällt mir ein, der Anfang kann auch belastend sein, wenn man Pech hat. Ja, komm, warum komme ich nicht drauf? Oh, okay. Jetzt ist alles gut. Jetzt hier auf Nummer sicher. Oh je. Da warten wir kurz. Gar kein Problem. Hopp. Schnell in Sicherheit. Man kann außen lang gehen. Ist das ein Trick? Lohnt sich das? Gar nicht so blöd eigentlich. Halt echt nicht. Ui. Hier gehe ich auf jeden Fall außen lang. Komme ich halt denn fest. Warum kommt diese Glocke manchmal? Also dieses Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Hört ihr das? Woran liegt das? Das ist mal... Nein. Das war das Karma dafür, dass ich versucht habe, den runterzuziehen. Okay, jetzt schnell auf Nummer sicher. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Ui. Okay, ich bin drüben. Ja, alles gut, alles gut. Nein. Nein. Das hätte doch nicht passieren müssen. Och, come on. Nein, das ist nicht gut. Ich werde es nicht schaffen. Oh, wie belastend, Leute. Nächste Runde, nächstes Glück. Oder besser gesagt, hoffentlich mehr Glück diesmal. Wir fangen an mit Rollweg. Ist eigentlich einer der Modis, die ich mag. Ja, aber letztes Mal hat er uns ein bisschen geärgert. Der Modus. Deswegen hoffe ich, das läuft jetzt besser. Ja, Leute. Und ich bin aktuell, wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich gerade im Laden auf der Suche. Denn ich habe folgendes Problem. Ich habe ja vor, in Zukunft hin und wieder mal einen Vlog zu machen. Urlaubsvlog. So machen wir mal was Cooles. Macht das Vloggen. Einfach auch so als Memory. Und für euch ist es bestimmt auch ganz lustig mit anzusehen. Ja, dass das nicht klappt, war eigentlich klar. Aber ich habe den Checkpoint gekriegt, oder? Ne. Ha. Wäre auch zu schön gewesen. Und ja, jetzt bin ich halt auf der Suche nach einer vernünftigen Halterung für mein iPhone. Weil das Ding ist halt einfach, ich habe mir überlegt, ja, kaufst du dir eine coole Vlogging-Kamera oder sowas? Und dann dachte ich mir so, Bruder, die Kamera von meinem iPhone 12 Pro Max ist so gut. Hat so einen krassen Bildstabilisator. Kann 4K aufnehmen, was ich halt nicht mache, sondern lieber 60 Frames. Oder mal gucken, entweder 4K oder 60 Frames. Mal schauen, für was ich mich entscheide. Naja, egal, worauf ich hinaus will, war, ich brauche halt eine vernünftige Halterung für mein Handy. Was mache ich hier schon wieder? Was mache ich hier schon wieder, Leute? Ich muss jetzt ins Ziel schaffen, ne? Oh nein. Oh nein. Boah, ich war letzter, ne? Ne, oder? Keine Ahnung. Glaub doch. Glaub doch. So. Nächste Runde Ritter-Parcours. In letzter Zeit kommen hier die ganze Zeit Parcours, ne? Also in der heutigen Folge, nicht in letzter Zeit. Ja, wo war ich stehen geblieben? So, ich suche auf jeden Fall eine vernünftige Halterung für mein Handy. Weil ein Selfie-Stick ist mir halt einfach zu unsafe, so. Ich habe Angst, dass mein Handy da rausfällt. Und außerdem sind die halt auch einfach wackelig und billig. Und das ist kacke. Jetzt habe ich ein bisschen mit Spike darüber geredet. Da kennst du mit so einem Kram nämlich aus. Der hat nämlich früher schon mal eine Zeit lang Vlogs um so einen Kram gemacht. Also schon ewig her. Da werdet ihr nichts mehr zu finden. Aber auch der will bald mal damit anfangen. Ich hoffe, ich lege hier jetzt keine geheimen Informationen. Aber ich denke nicht. Und, ähm... Verdammt! Da bin ich sauer! Und, äh, ja. Der hat mir halt gesagt, ja, kauf dir ein Gimbal. Ich dachte mir, so was ist ein Gimbal. Hab da ein bisschen mit ihm drüber geredet. Wir haben ein bisschen recherchiert. Und, äh... Das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Die sind halt nicht so lang. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und, die sind halt aber teuer. Das ist das Problem. Also ein Hunni. Was machen willst? Ein Hunni. Oh mein Gott. Was war das für ein Special Move von mir, Alter? Und das Ding ist... Ja, okay. Ich will halt was Safees und... Alter, das ist so ein Witz. Und das soll ja auch gute Qualität haben. Also, okay. Das Problem ist nur, wenn ihr das hier heute seht, ist... Ist Mittwoch. Ja? Nein, wenn ihr das hier seht, ist Dienstag. Ich bin einfach ausgeschieden. Ich mach noch eine kleine Runde. Das war ja sonst zu kurz jetzt. Nehme euch jetzt einfach mit. Ähm... Escape. Beenden. Weil ich das kurz zu Ende erklären will. Und, ja. Das Problem ist, wenn ihr das heute seht, ist Mittwoch. Nee, dann ist Dienstag. Oh mein Gott, was. Bin ich lost, Alter. Dann ist Dienstag. Und, ähm... Am Mittwoch fahren wir schon... Machen wir schon einen Ausflug, wo ich halt den ersten Vlog drehen will. Und, ja. Jetzt so ein Ding im Internet bestellen ist halt keine Option. Weil das ist leider nicht... Wenn ich das heute bestelle, leider erst Mittwochnachmittag irgendwann da. Und ich brauch's halt schon am Mittwochmorgen, wenn wir losfahren. Deswegen ist das leider keine Option. Jetzt bin ich halt alles am überlegen, was ich mach. Das Ding ist... Ich hab geguckt, beim Media Markt... Die haben die im Laden nicht da. Also laut Website. Ich werd morgen trotzdem hingehen und gucken, ob's da sowas gibt. Weil, ähm... Das wär natürlich super. Wenn nicht, hab ich mir überlegt, werd ich jetzt für den ersten Vlog einfach irgendeinen billigen 10-Euro-Handy-Stick da kaufen. Selfie-Stick. Und dann, äh, für den nächsten Vlog, der in paar Wochen, Monaten gedreht wird, ähm, so ein Ding bestellen. So ein Gimbal, ja. Weil ich glaube, das ist ganz cool. Die kannst du auch so steuern und so. Also, die Bildstabil... Der Bildstabilisator vom iPhone ist zwar sehr, sehr gut. Die wippen, mein Lieblingsmodus. Ich hoffe, ich starte vorne. Komm schon. Ich starte ganz hinten, ist so belastend. Äh, deswegen ist das eigentlich nicht so wichtig. Aber, ähm... Das ist trotzdem ganz cool. Und vor allem halt auch stabil. Und das ist das, worum es mir in erster Linie geht. Jetzt ist halt die andere Frage, die wir uns gestellt haben. Wie ist das mit der Tonqualität? Wenn ich jetzt mit dem Handy draußen filme und es ist windig oder was, weiß ich, keine Ahnung. Wie gut ist denn noch der Ton? Aber jetzt noch so ein Ansteckmikrofon-Rode für 200 Euro. Und dann noch so ein Stick für 100 Euro. So sind wir schon wieder bei 300 Euro für Equipment, was halt gerade einfach nicht drin ist. Irgendwann, ja. Bis zum richtigen Urlaub im September vielleicht, ja. Ähm, aber da muss man mal gucken. Ich probiere das jetzt einfach provisorisch erstmal aus. Vielleicht kriege ich auch so ein Ding direkt. Dann hat sich das natürlich erstmal schon geklärt. Falls nicht, probiere ich es jetzt für den ersten Vlog mal mit einem Selfie-Stick. Und bestelle mir dann so ein Teil im Internet für den nächsten. Oder wenn ich Glück habe, haben die halt im Laden eins da und vielleicht dann auch ein Angebot oder so. Oder vielleicht was Vergleichbares, ja. Was ich mal in die Hand nehmen kann, um zu gucken, wie stabil das ist. Weil ich habe halt Angst um mein Handy, Alter. Ohne Witz. Und, ähm, ja. Das ist so der Plan. Das heißt, es wird bald einen Vlog geben. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Junge, ich werde deine... Oh mein Gott. Nee. Komm. Ich will... Ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie rauskicken. Egal. Okay, Leute. Perfektes Paar. Haben wir länger nicht mehr gespielt. Hier ist nicht gerade einer meiner Lieblingsmodis. Wenn man, wenn man Pech hat, hier runterfallen kann. Ich meine, das war zumindest so. Dass man runterfallen kann, wenn man sich dumm anstellt. Und, äh, gut. Hier kann man eigentlich immer das machen, was die anderen machen. Ich stelle mich einfach mittig, damit ich schnell überall bin. Hier noch acht Sekunden. Hui, hui, hui. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall der Plan, ne? Ich werde morgen mal schauen. Beziehungsweise für euch heute. Was wird gesucht? Boah, das war knapp. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mit aufpassen. Ich gehe wieder in die Mitte. Ui, guck, das meint ich. Kann man nicht? Ich glaube, man kann gar nicht reinfallen in den Schlitz. Oder? Weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock mal auf den Vlog. Okay, was kommt dran? Banane müsste da gewesen sein. Halten wir uns hier schön an allen fest. Sehr gut. Hui. Okay, ich sollte vielleicht nicht so rumschopen. Kann man da jetzt reinfallen oder nicht? Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Okay, ich glaube, es geht nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Kommt nochmal. Was kommt? Apfel. Oh mein Gott, wo war der? Hier? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, den habe ich echt nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Ey, nicht runterdrücken. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Bock auf Vlogs. Als nächstes Ausweichmanöver. Und die alten Fans unter euch. Was heißt Fans? Alter, Fans ist das dümmste Wort ever. Die alten Zuschauer unter euch wissen natürlich, das ist nicht mein Modus. Ja, und ich werde trotzdem mein Bestes geben. Doch vielleicht raubt mir dieser Modus am Ende mein Leben. Das war ein schöner Reim. Ich gehe jetzt gleich daheim. Zwei Grüße gehen raus. Ich hoffe, du wirst es hier niemals sehen. Ach, herrlich. Es ist jetzt spät in der Nacht. Ich habe echt lange nicht mehr aufgenommen. Vielleicht die letzten Tage. Ich habe die ganze Zeit mit dieser hundertsten Folge beschäftigt. Alter. Komm, ich versuche den Trick. Klappt. Egal, ich try hard jetzt. Ich will einfach den Trick schaffen, weil anders komme ich eh nicht mehr ins Ziel. Ja? Ja. Es hat aber leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss es schaffen. Ja. Nein. Okay, ich werde rausfliegen. Aber ein Try noch. Komm, Leute. Ein Try noch. Ich will wenigstens mal das Katapult schaffen. So wird das natürlich nichts. Kommt schon, Leute. Jetzt aber hopp. Da komme ich halt echt nicht drüber. Belastend. Das war es auf jeden Fall. Ich wusste den Modus. Ich werde es jetzt verkacken. Und mir einen Kuchen backen. Alles klar. Es wird Zeit für mich, die Aufnahme zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Idee mit den Vlogs haltet. Ob ihr da Bock drauf hättet. Oder ob ihr sagt, ne, die Scheiße würde ich mir niemals reinziehen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Folge, es kommt jetzt mal wieder regelmäßig. Alles kommt jetzt wieder regelmäßig. Seit Jonas der Folge endlich geschafft ist. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020